Eine Kandidatur steht schon auf Schienen. Das liberale Forum feiert seinen fünften Geburtstag mit einer Nostalgiefahrt. Bundesvorsitzende Heide Schmidt verzichtet aufs mühsame Sammeln von Unterschriften. Denn fünf liberale Abgeordnete wiegen so schwer wie 125.000 Unterschriften. Bei einer Pressekonferenz im Salonwagen versucht Heide Schmidt auch der niederösterreichischen Landesgruppe, eine Fahrkarte für die Landtagswahl zu lösen. Ein Zauberer wäre zur Erreichung dieses Ziels hilfreich. Wunder kann Heide Schmidt jedoch kaum erwarten. Ein Zauberer ist ein Zauberer.